Willkommen zurück zu Leos Rätselstunde. Heute habe ich wieder drei Rätsel für euch mitgebracht, die ihr zu Hause lösen könnt und deren Ergebnisse ihr uns dann wieder schicken könnt. Die E-Mail-Adressen findet ihr diesmal am Ende des Videos. Viel Spaß! Als erstes habe ich euch ein Worträtsel diesmal mitgebracht. Neben mir seht ihr sechs Wörter, die sich mit einem anderen Wort verbinden lassen auch. Aber eins hat sich eingeschlichen, das passt nicht ganz so gut rein. Könnt ihr herausfinden, welches das ist und wie lassen sich die anderen verbinden. Wie immer könnt ihr das Video natürlich anhalten, um euch die Sachen ganz in Ruhe anzusehen. Und ihr könnt auch das Video anhalten und euch oder den Bildschirm, den ihr haltet, umdrehen und am unteren Ende den Tipp zu lesen, den ich euch gegeben habe. Viel Spaß! Das zweite Rätsel dreht sich wieder um Zahlen. Die Bilder in den Rechnungen neben mir stehen jeweils für eine ganz bestimmte Zahl. Mit den ersten Rechnungen könnt ihr auch herausfinden, für welche Zahl die Bilder jeweils stehen. Fangt am besten oben an und versucht nach und nach herauszufinden, welche Zahl das jeweils ist. Wenn ihr das herausgefunden habt, könnt ihr auch den Code in der letzten Rechnung lösen. Aber Vorsicht, genau da muss man sehr genau hingucken. Als letztes habe ich wieder ein kleines Bilderrätsel für euch mitgebracht. Heute Morgen hat es geschneit und ich wollte ein schönes Bild von der Oberstadt machen. Leider ist mir genau in dem Moment ein Vogel vor die Kamera geflogen. Könnt ihr mir sagen, welches Gebäude er hier verdeckt? Wir freuen uns von euren Lösungen zu hören und hoffen, ihr bleibt alle gesund. Bis bald!